Nein! Char ist eine männliche Char, ja. Charakter, ne? Charakter. Oder männliche Char, ja. Ich hab' ja noch nie gehört, dass irgendwer Char gesagt hat. Naja, du hast ja auch noch nicht über Männer gelabert, so von wegen so, ach, guck dir mal den Char an. Der ist aber nice. Ja, das stimmt. Ich hab's nur mit Behinderten zu tun. Wisst ihr, das ist so schön, dass du das jetzt auch noch beim Zocken ertragen musst. Ja, oder? War, glaub ich, das erste und das letzte nochmal. Was? Warum? Ich bin hier der Beste. Und unser Humor hält sich tatsächlich heute in Grenzen. Das stimmt. Das stimmt ehrlich. Bis jetzt war noch nix, irgendwie dabei, was man hätte zensieren müssen. Ja, ich mein, wir müssen uns ja, ich will mich auch zurückhalten. Kann aber nicht alles kommen. Ja. Nicht so gut. Hallo YouTube, falls ihr das hört. Heute ist nicht meine beste Leistung. Aber ich werd mich besser. Patrick, warum hast du mich bei der einen Folge Rumbleverse eigentlich zweimal ausgepiept? Weil du das Huhu, du weißt schon so ein Wort gesagt hast und das etwas lezent laut. Was darf ich denn alles sagen? Ja, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob es bei YouTube Wörter gibt. Wenn ich jetzt so die Pizza angucke, die beleidigen sich ja auch ständig, ne? Ja, aber manche schneiden das ja raus. Ja, genau. Und ich weiß nicht, ob du vielleicht, wenn du so einen großen Channel hast, dir das erlauben kannst. Aber jetzt kleiner eventuell nicht. Also wenn ich zum Beispiel so... Das darfst du nicht sagen. Ja, danke Martin. Und was mit... Nee, ja... Aber auch nicht. Obwohl, eigentlich... Eigentlich beschreibt das ja... Ist das ja nur eine Arbeitsplatzbeschreibung der Mutter oder nicht? Das ist ja... Ist ja keine Beleidigung in dem Sinne. Wenn es ein Fakt ist. Wenn ich daran denke, Patrick, piepige ich mich selber raus. So ein piep 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 piep... Achso, du kannst das ja über dein, ähm... Dings, ne? Mischpult. Ah... So was bräuchte ich auch. Aber ich würde wahrscheinlich in dem Moment nie dran denken. Ich bin... Findestline. Hast du die Map? Da kannst du dich auch selber auspiepen, wenn du dran denkst. Okay, also Felix, äh... Läuft erstmal gegen die Wand und hockt sich hin. Perfekt. Ja. Oh, ich hatte grad... Mega den Freeze. Hast du diese Schmutz-Map? Ja. Die ist halt überhaupt nicht einsehbar, ne? Ich glaube, da waren dann irgendwelche Sackgassen. Ich höre den Killer, aber ich weiß nicht mal, ob der auf meiner Etage ist. Ach, es ist sogar der von... Es ist sogar der von... Es ist sogar der von der verfickten Dreck, ne? Nee. Klau. Achso. Okay. Ich muss jetzt hier erstmal einen Generator finden. Ich bin hier... Ey, der Klau darfst du mal. Ich hasse Klau. Bin hier absolut Lust. Ja, Junge, bespeist mich doch noch mit deinen Flaschen. Okay, Felix hat hier so ein heiltotem gemacht. Man sieht hier halt nix, ne? Oh, falsch. Oh, falsch. Ja, Martin, was ist los bei dir? Das hört sich richtig wild an. Da rennen wir die ganze Zeit hinterher, wie gesagt. Ja. Ja, hört sich aber an, als ob du ganz schön Spaß hast. Also, wo kackt man das denn? Huh! Ah, ne. Etage tiefer. Das ist okay. Oh, das liegt gar nix. Was? Oh, das liegt gar nix. Er hängt mich neben ihn auf. Oh, wo ist denn der? Ey, Wahnsinn. Ich glaube nicht, jetzt... Du musst wirklich schnell... Ey, er ist einfach zum Ausgang gelaufen. So, wir haben mal einen Gen fertig gemacht, während ihr da rumspielt. Er ist zum Ausgang gelaufen. Was macht der da? Er ist aber noch unten, ja? Oder? Nee. Ist der? Oh, doch. Er ist unten. Der, der, der ist... Ey, der war doch zum Ausgang. Ich hab... Okay, er scheint doch unten erstmal zu bleiben. Nein! Haben wir hier noch nen Generator? Ach man, ich... Ich seh nicht. Ich bin voll gewichst. Ey, das ist so krass, wie gut die Flaschen von ihm sind. Okay, ich versuch mal, was dummes. Okay, das war dumm. Was? Erzähl doch da rein. Haha, ja. Quest erfüllt. Ich versteck mich hinterm Tresen. Ey, Randy. Ach man, Digga. Randy ist echt so doof, ne? Da kann ich mal den Killer bei sich behalten. Und er hat die Palette hier oben gezogen. Perfekt. Ist... Wo ist denn der Killer? Na, wir sind da. Haupt-Hallo. Ja gut, da bin ich auch. Kein Problem, wir hängen dich gleich ab. Wie er mich nicht sieht. Wie er einfach an mir vorbeiläuft. Guckt mich noch an. Bitteschön. Ja. Der kommt schon wieder, der... Äh? Der kommt, der kommt. Oh, Patrick. Der will mich. Ich bin gleich dead. Bist du gerade aus dem Flur weiter? Ja. Ich habe mich auf dem Klo versteckt. Absolut männlich. Absolut männlich. Und laufe ich wieder zurück. Einmal die Seiten wechseln. Schutzpalette. Ist er denn noch bei dir? Ja. Sehr gut. Er hat glaube ich brutale Stärke dabei. Er macht die Paletten ziemlich schnell kaputt. Seid ihr noch oben? In unten. In unten. Oh. In unten. In unten. Junge. Er ist so ein... Achtung. 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 Ich bin tot. Er hat aber im Daumen gelutscht. Ich wusste doch bei euch läuft was. Das hat man vorhin schon gehört. Du hast so rum gestöhnt. Er ist in der Haupthalle. Unten. Ja, nein, nein. Er ist aus dem Spind gezogen oder was? Ja. Oh nein. Er kommt hoch. Er hat mich gesehen. Oh, ich hänge. Nein, 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 nein. Geh da weg. Übernimm mal bitte. Ich will leben. Das habe ich gut gemacht. Das weiß jetzt aber auch keiner von euch, ob er den Jen oben wieder kaputt gemacht hat, ne? Nein. Ich versuche einfach mein Glück. Ja, er war dran, er war dran. Ist aber halb so wild. Der hat ja nix zu machen. Der hat ja nix zu machen. Ja, ich habe es gerade gesehen. Kommt er hier zu? Ne. Okay. Oh, der Randy ist down. Okay, wenn er ihn noch hat, dann... Ich glaube, der Clown hat keine Flasche mehr. Oh mein Gott. Was hast du denn? Du kannst mich nicht einfach rufen und mich dann ignorieren. Der Randy, ich glaube, der Clown unten ist auch ziemlich weit. Ja, gehe ich gleich bei. Das ist jetzt doof. Ja, er macht ihn kaputt. Ja, er kommt hoch. Das ist nicht so schlau jetzt hier. Er läuft in die Richtung. Ist der du? Oh, er ist unten? Ich habe gedacht, der ist hochgelaufen. Dicke, lauf doch mal schnell. Er ist so schnell, dieser Fettsack. Dafür, dass er so dick ist, ne? Wo ist Moritz jetzt hingefallen? Oben? Oben. Ah, okay. Ah, da. Ja. Leute, ich glaube, das wird nichts mehr, ne? Warum du es am Zen? Wenn er teilt sich. Kann ich Moritz noch abhängen? Nein, der Killer ist bei dir. Warte mal, der Maid ist auch unten. Du seh doch Zeit, wenn du ihn jetzt mitschleppst. Ja. Ich habe hier weh. Ich habe hier weh. Oh, er hat wieder Flaschen. Das war dumm. Oh, ich bin so geflasht. Der ist die Trick. Der Maid kommt aber auch. Alles gut? Ja, ich sehe ihn. Ich bin gleich da unten. Ja, ich häng dich ab, ich häng dich ab. Ich habe hier noch gar nicht geahnt. Oh Gott. So, lauf weg. Okay, ich krabbel jetzt einfach euch hinterher. Okay, ich werde auch schon gerettet. Der dicke Clown das nicht gesehen hat. Danke, Randy. Ich werde dich nie vergessen. So, ich brauche noch mal einen Gin. Einen brauchen wir noch. Ja. Da kannst du dich erstmal selber heilen. Geht es über Zweiter? Ja. Ja, ja. Gut. Das hänge ich auch schon einmal. Wie so ein Loser. Randy sitzt im Schrank. Ich weiß bei dieser Map halt auch überhaupt nicht, wo ich hinlaufen soll, ne? Wenn irgendwas ist, ich... Oder auch wenn nix ist. Hast du oben den Gin bei den Duschen schon gemacht? Äh... Ja? Ich glaube, das war der Erste, den ich gemacht habe. Er war gerade in der Haupthalle. Ähm... Da gibt es diesmal gar keinen. Nee. Früher war der Gin hier oben immer safe. Oh... Oh... Das ist jetzt ja unpraktisch. Der Dicke hat mich gesehen. Ich habe einen Gem. Ja, sehr schön. Mach was draus. Ja. Wenn noch mehr Fettklag nicht ankommt. Das gibt es nicht. Never. Ah, der kann meine Aura sehen, ne? Kann das sein? Nein. Ah, der konnte meine Aura sehen. Ab jetzt. Der wusste ja direkt, in welcher Ecke ich bin. Hätte er deine Aura gesehen, hätte er gleich an seinen Spind geguckt. Ja, er ist ja ein bisschen doof, ne? Ja. Naja... Da hat sein Cheat auch nix gebracht, ne? Wo ist der Mail? Äh... Oben verwundet und sucht einen Weg. Für dir? Ähm... Ich bin mir nicht sicher. Ja. Der setzt sich erstmal wieder verletzt in den Schrank. Okay... Ich könnte wirklich so langsam abgehangen werden. Ich kann leider nicht. Ey, der Randy macht auch nix. Autsch. Oh, f***. Oh nein. Nein. Scheiße. Oh, der f*** dich. Wie krass. Hey, das ist krass. Krass, 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 krass. Moritz hört sich so ein bisschen an, als ob er immer so den Controller hinterherläuft, weißt du? Deswegen wird er mal lauter, leiser. Ey, das ist frech. Jetzt hab ich dieses Dreck. Richtig erkannt. Randy ist immer noch im Schrank. Der wartet bestimmt auf die Luke. Oh, der ist doch. Das war's mit dir, Moritz. Guck mal kurz zwischen, ich dachte jetzt erstmal. ja dich gefolgt von mir ich bin quasi zweiter achte